Es sieht gut aus bei Jérôme Boateng. Die Muskeln halten auch die im Oberschenkel. Der Innenverteidiger macht einen fitten und stabilen Eindruck. Das Ziel Titelverteidigung fest im Blick. Als Weltmeister bist du immer der Gejagte. Aber wir wissen auch, dass es eine schwierige WM wird mit sehr starken Teams. Aber wir sind positiv eingestimmt. Wichtig ist ein guter Start. Und dann fängt das Turnier erst richtig an. Nach Manuel Neuer jetzt also auch Jérôme Boateng zurück im Mannschaftstraining. Ende April die langwierige Verletzung an den Adduktoren. Die WM-Teilnahme schien in Gefahr. Doch je näher das Turnier rückt, desto besser die Stimmung. Bei unseren Typen wird es nicht so schwer sein. Wir haben eine gute Stimmung untereinander. Wir respektieren uns. Es ist aber auch mal kritisch im Training. Man gerät mal aneinander. Das ist alles, was dazugehört. Vor vier Jahren Brasilien, diesmal Russland. Am Stadtrand von Moskau wird das deutsche Team abdienst das sein Quartier beziehen. Plattenbau statt Palmenstrand. Dazu die nicht gerade einfache politische Situation. Wir haben schon darüber geredet. Es ist klar, in jedes Land, wo man eine WM spielt, sollte man, glaube ich, auch ein bisschen was über das Land wissen, sich mit beschäftigen. Das haben wir gemacht. Jeder so, wie er möchte auch jetzt, auch bis zur WM hin, aber es jedem selbst überlassen. 23 Spieler, noch elf Tage bis zum ersten Spiel gegen Mexiko. Es sieht gut aus, auch bei Jérôme Boateng. Zwei unvergleichliche Familien. Ähm, hallo? Sagt nichts. Hab eine Wette verloren. Zwell wollte nicht glauben, dass es auf Check24 jetzt einen Kredit mit unglaublichen Minus 5 Prozent Zinsen gibt. Dagegen wette ich auch. Stopp, nein! Tja, Check24 hat immer die besten Kreditangebote mit Minus 5 Prozent Zinsen. Ziemlich unfaire Wette. Aber ein ziemlich fairer Zins. Ein Kredit mit Minus 5 Prozent Zinsen. Nur bis 15. Juni. Check24, Deutschlands größtes Vergleichsportal. Hier check ich alles. Erstmal nриг ich dann das, was sie sein. Ja. Wir kommen jetzt auf. rica-2-Nation. Ja.